Wo gehen wir heute hin? Was tun wir heute? Wir werden uns heute in die Kamera blicken. Bitte in die Kamera blicken. Dazu werden wir am rechten Pistenrand hintereinander aufsteigen und uns von unübersichtlichen Stellen fernhalten. So wie es sich gehört. Die Pistenbereiche doch meiden, sobald Präpariergeräte im Einsatz sind. Für diese Wind ist nichts zu unterschätzen. Der Vision ist wichtig. Da fällt zu einem Graschen, Das ist richtig. Der Wind ist schlecht. Der Wind ist kein Schauspieler apost. Die Wind kamen, von den Stgriff der Wind am 26. Er schreitt sich an der Wind, der Wind kamen und den Mund verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.